So, ich bedanke mich mal recht herzlich bei der Nominierung beim Robert. Auch ich bin so ein Wahnsinniger, der das natürlich jetzt machen wird. Ich habe da hinten schon alles hergerichtet. Eis, wie gesagt, habe ich leider keines, aber es ist frisches Wasser vom Brunnen. 4 Grad in etwa, plus, minus. Ja, ich nominiere die Marleen Haubenballer, weil das Problem ist, ich habe nachgeschaut, du wurdest zwar schon nominiert, aber die 24 Stunden sind schon vorbei. Das heißt, die Nominierung ist hinfällig und du kommst uns nicht aus, du wirst jetzt nominiert zum ersten, zum zweiten und zum letzten Mal. Als zweites nominiere ich ebenfalls den Gregor Schweiger, weil der wurde ebenfalls nominiert. Ich nominiere dich nochmal und ich durfte diesen Sommer mit ein paar Wahnsinnigen verbringen. Aus dem Grund, hört Winnetou's Worte, ich nominiere das gesamte Ensemble der Karl-Mai-Festspiele Winzendorf 2014. Wo sind denn alle? Viel Glück! Angriff! Und jetzt können wir leider von der Nominierung vom Ensemble leider nicht die 24 Stunden einhalten und müssen aus organisatorischen Gründen bei unserer WhatsApp-Gruppe von Winzendorf unseren Termin ausmachen. Ihr kommt mir nicht raus. Mein Bruder! Ciao, ciao! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020